Hey Freunde! Bevor es losgeht. Abo, Glocke oder andersrum, keine Ahnung. Dann kriegt ihr mit, wann das nächste Video kommt. Ihr verpasst unser nächstes Geschmack nicht. Kost euch nix und win-win. Genau. Und jetzt geht's. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Comic Review auf GeekeryGee, dem Nerdkanal. Es passt ja gut zusammen, dass wir GeekeryGee heißen und wir das Adventurehuhn vorstellen. Oh Gott, es ist so... Der ist flach, aber okay. Passender geht's ja gar nicht, oder? Adventurehuhn und GeekeryGee. Mega. Adventurehuhn, ein Rezensionsexemplar aus dem Adventalter. Avant. Ist schon die siebte Rezension jetzt am Stück. Nochmal. Adventurehuhn, ein Rezensionsexemplar aus dem Avant-Verlag. Vielen Dank dafür. Wir haben 92 Seiten in einem Softcover. 16 Euro. Autor und Zeichnungen sind von Franziska Rufler. Adventurehuhn wurde mir empfohlen von... beziehungsweise wir haben im Podcast von Drei Frauen Comics drüber gesprochen. Die Sandra hatte das... Die Sandra hatte das auf den Tisch gebracht, das Adventurehuhn. Und wir mussten da sofort nachgooglen und haben das dann gesehen und ich muss es haben halt. Ich hab das Cover gesehen und fand's geil. Das ist genau mein Humor. Ohne Scheiß. Adventurehuhn und ich hab dieses Huhn gesehen mit einem Schwert im Schnabel. Das ist so abgedroschen. Irre einfach, dass ich es gut finde und das ist... Weißt schon, das geht schon... Das geht drüber hinaus, dass ich es scheiße finden könnte irgendwie. Ich find's geil. Das ist so der ganz schmale Grad zwischen richtig gut und richtig scheiße. Echt? Ja. Find ich nicht. Ich find's mega gut. Ich find's schwankt immer so ein bisschen... Also, nicht richtig scheiße, aber es ist halt so dieses... Es schwankt immer so ganz krass zwischen her. Weil, was mir sofort irgendwie ins Auge springt, wenn man sich das so anschaut, ist... So vom Stil und vom Humor her die Anlehnung an sowas wie Baban Dave. Mhm. Oder Rick and Morty. Ja. Und das ist für mich auch so eine ganz krasse Hassliebe. Echt? Ja. Rick and Morty ist ganz furchtbar für mich. Echt jetzt? Ich feier das total. So die ein oder andere Folge find ich gut. Und der Rest ist irgendwie furchtbar. Okay, krass. Baban Dave find ich mega. Und das hier ist halt genau so dieser schmale Grad dazwischen. Da sind Witze drin, die sind so unfassbar platt und schlecht. Da denke ich mir, what the fuck? Wie kann man sowas wirklich abdrucken? Und andererseits dann wiederum eine Seite weiter schmeiß ich mich weg vor Lachen und denken mir, boah, geil. Mega. Es ist so gut aber einfach. Ich mein... Und vor allem die ganze Geschichte ist einfach nur getrieben von diesen... Oh, guck mal, da drückt mein Eichhörnchen. Ja, Mann. Genau das ist eben. Und das macht doch diesen geilen Comic einfach aus. Ja, also... Vor allem halt auch, ey, die Prinzessin Monobraue. Ohne scheiß. Wie kann man so eine Prinzessin Frosch halt, ne? Mit einer Monobraue. Es ist... Es klingt logisch, ne? Ich mein, es ist... Ey, da sind so geile Witze drin. Aber um was geht's denn? Wir haben Huhn. Ja, wir haben Huhn. Wir haben Huhn, Adventure-Huhn und wir haben die Raupe Susanne. Es ist eigentlich, okay, es ist ein bisschen abgedroschen, weil Huhn ist einfach so ein bisschen... Also ich will nicht sagen dämlich, aber naiv. Und Susanne ist so natürlich der Gegenpart, das Grummelige, was immer alles negativ sieht. Und Huhn sieht alles toll. Genau. Also du hast dieses Positiv und Negativ. Ich mein, das ist easy. Easy Storytelling, sag ich mal, das funktioniert bei den meisten. Was ich auch schön finde, sind die Zeichnungen tatsächlich, weil... Könntest du es auch als Kinderbuch durchgehen? Ja. Also von der Sparte her an Menschen, die das anspricht, mega gut gemacht. Finde ich ganz gut, weil von vorne bis hinten, von jung bis alt, sprichst du eigentlich jemanden. Ich mag... So fühlte ich mich daran. Ich mag den Stil, weil es dann einfach zum Storytelling und zur Geschichte passt. Mega, ja. So wäre es jetzt nicht mein Stil, aber es passt einfach super zum Storytelling und zu den Charakteren. Es hätte nicht anders gezeichnet sein können. Nee, stimmt. Das ist wirklich so, ja. Da würde jetzt auch ein Scotty Young-Stil, der ja in eine ähnliche Richtung geht, finde ich würde nicht passen. Nee. Es muss wirklich so, sorry, billig gezeichnet sein. Oh! Es ist nicht billig. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist einfach gezeichnet. Also mit billig meine ich jetzt nicht schlecht oder minderwertig, sondern es ist einfach gezeichnet. Hm. Das, ne? Nur mal so klarstellen. Ja. Ähm, ja. Das siehst du jetzt auch hier an den Kolorierungen und so, ne? Ja, ja. Es gibt keinen Farbverlauf. Wenn eine Fläche einen Farbverlauf haben soll, hat sie zwei Farben. Fertig. Ja, genau. Ne? Also es ist einfach gezeichnet. Ja, aber das ist genau, so soll es sein. Ich finde es halt einfach auch sehr gut. Und vor allem so derpig, wie manche Charaktere einfach auch gucken manchmal, ne? Das ist für mich halt dieser Rick and Morty Humor halt auch, wo halt auch immer so, wo du denkst so, oh gut halt. So gut einfach. Ähm. Genau. Huhn. Und Raupen. Huhn spielt mit dem Schwert rum, schneidet aus Versehen den Kokon von Susanne ab und sie kann sich nicht weiterentwickeln. Das ist das gröbste, schlimmste, was in dem Comic passiert einfach. Also für Susanne. Genau. Und das Problem ist, die braucht jetzt einen neuen Kokon, damit sie sich verpuppen kann, damit sie zum Fliege, Falter, Motte, whatever wird. Ja, sie möchte halt ein Schmetterling werden. Ein Schmetterling. Sie möchte sich im Leben weiterentwickeln. Genau. Und das hat jetzt ihr das Huhn genommen und deswegen ist sie jetzt halt furchtbar traurig und angepisst und keine Ahnung was. Und das Huhn erklärt sich bereit. Neue Sachen. Lässt sich überreden und mit Schuld. Das Huhn lässt sich nicht überreden. Das Huhn sagt, wir gehen jetzt einfach. Ja genau. Lässt sich Schuld zu viel einreden. Und sagt, okay, wir organisieren die neue Seite. Genau. Bam. Das ist die Story und dann geht's auf ins Adventure halt. Easy. Aber jetzt muss mir schon mal erklären. Dann bringt die Hölle los. Jetzt muss mir mal einer erklären. Wieso wird denn die Prinzessin von diesen Fischen mit Schlamm bespritzt? Ich verstehe es halt nicht. Ja, weil das... Es ist halt, weißt du, es ist hier auch diese... Das ist so eine klassische Darstellung eigentlich. Du wirst in der Mitte die wunderschöne Prinzessin. Ja. Oben fliegen dann zwei Engel, die so ein Spruchband davor tragen. Vorne sind zwei Fische, die so Wasser von dahin sprühen. Dass hier halt einfach eine Frosch ist und von dreckigen Fischen mit Öl bespuckt wird und graue Tauben da irgendeinen dreckigen Lumpen hinter ihr herziehen. Ich bin so gut. Ist halt die Darstellung hier. Ja, das ist so gut. Es ist einfach so gut. Oder Situationskomik. Wir haben auch eine schöne Situationskomik drin. Vor allem, wie sie halt zu dem Schloss kommen und in das Schloss rein möchten. Das war jetzt zum Beispiel wieder so... Das ist so gut. Ich... Es ist die ganze Seite. Ich finde sie einfach mega geil, weil... Hallo Post. Das Huhn kommt dann da hin. Ich habe ein Paket für dich. Ich habe ein Paket für dich. Und dann ist da dieser Schweine-Wärter. Und der sagt dann... Ja, bitte? Und dann sagt das Huhn einfach... Ich bin ein Postbote. Guck. Ich habe einen Hut. Entweder feiert man das total oder man sitzt jetzt gerade so da wie er. Ich finde es mega gut halt. Ich habe einen Hut und deswegen bin ich Postbote. Das ist einfach... Das ist richtig und deswegen ist es mega gut. Genauso... Was ich dann auch bescheuert finde, wie sie halt in diese Burg reinkommen. Und zwar kommt wieder das berühmte trojanische Pferd zum Einsatz. Ja. Problem ist nur, ähm... Hier. Das Pferd... Das trojanische Pferd ist ein trojanisches... Huhn! Ding! Ich habe keine Ahnung, ob das jemals ein Huhn war. Für Huhn? Es ist fantastisch halt. Und die beiden... Oder die drei, weil die Prinzessin geht da dann quasi mit. Ja. Das haben wir noch gar nicht erklärt. Ist egal. Jedenfalls wollen sie in die Burg rein. Und dann kommen sie auf die Idee des trojanischen Huhnes. Und sie vergessen aber, dass sie in den Huhn vielleicht einfach reinkommen sollten. Und deswegen müssen sie dann einen anderen Weg. Der andere Weg wiederum, dass er sich als Praktikant ausgibt, finde ich mega witzig. Richtig. Das mit dem Huhn fand ich irgendwie total bescheuert. Mit dem trojanischen Huhn. Aber der Praktikant, der war schon wieder geil. Genau. Ich bin hier schon ein Praktikum. Richtig. Praktikum. Und dann der Bogen am Ende. Das ist am Ende der Story. Wird er verabschiedet. Na, ich hoffe, du hast Glück. Ich hoffe, dir hat das Praktikum gefallen. Der hat gerade die Halt. So nach dem Motto, er hat jetzt gerade die Stadt in die Luft gesprengt. Ja. Es ist klar, dass er der Bösewicht ist. Aber ich hoffe, dein Praktikum hat dir gefallen. Und viel Glück auf deinem weiteren Weg. Ciao. Der Ruder halt einfach. Das ist wiederum witzig. Boah ey. Puh. Ganz schwer. Das ist ein dramatisches Hoch und Runter. Ja. Für mich war das wirklich so. Ich würde echt gerne mehr davon erleben. Aber es ist halt für mich wirklich eine ganz krasse Achterbahnfahrt. Vor allem der König halt. Der Anführer der bösen, ultra-bösen Söldnertruppe. Ich meine, ey, so gut einfach. So gut einfach. Oder diesen Scheiß. Was ist er eigentlich? Er ist einfach ein Schleimhaufen mit Augen drin, ne? Und hat einen kleinen Hut auf. Schau. Leute, mega gut. Mega gut. Und der Galgen sieht auch viel besser aus, wenn man Blumen reinhinkt. Ha! Ich find's so gut halt. Ja, oder er hier. Das ist auch in der Leseproberin der Typ. Das ist so ein Hammerhaiferschnitt. Und sein Problem ist einfach, dass er für einen Wärter oder für eine Wacher halt ziemlich ungeeignet ist, weil seine Augen halt da und da sind und er in der Mitte halt nix sehen kann. Also ich hab's gefeiert. Franziska, mega cooles Teil. Hat mir gefallen. Vor allem fäng ich's auch gut, dass es ein Comic ist für groß und klein. Für jung und alt, meine ich. Das stimmt ja. Wir haben nicht so viele Comics bei uns, die wirklich so eine krass große Zielgruppe abdecken. Da find ich das hier echt schon sehr gut gelungen. Ich, ohne Mist, ich kann's dir nicht sagen. Das ist so dieses... Hört, hört! Ich weiß nicht, ob ich's nie wieder anfassen will oder ob ich's mir bestellen will. Okay, klar. Das ist... Ohne Mist, ich bin ja so zwiegspalten, weil es war wirklich... Die eine Seite Himmel hoch, jauchzend. Ich schmeiß mich weg und auf der nächsten dachte ich mir, oh Gott, ist das dämlich. Und so geht's für mich durch das ganze Ding durch. Und was ich... Aber ich würde auf jeden Fall gern ein nächstes, einen zweiten Band sehen. Okay. Wie's weitergeht. Es ist so gut einfach. Es ist so gut einfach. Leute... Ja und nein. Leute, holt euch Adventure Hoon, es ist einfach genial. Es ist genial und ich... Also die Kaufempfehlung kann ich auf jeden Fall trotzdem aussprechen, weil das muss... Das ist ein Humor, den muss man auch selber... Das muss man gelesen haben, um zu wissen, ob man das mag oder nicht. Ja, das stimmt, ja. Das ist wie bei Arche Noir zum Beispiel. Ja, richtig. Das muss man auch gelesen haben, um zu wissen, ob einem der Humor und die Aufmachung und der Stil gefällt. Ja, das stimmt. Und das ist da genauso. Ja. Wie gesagt, wenn man Barban Dave oder Oregon Morty mag, dann wird's einem höchstwahrscheinlich gefallen. Aber trotzdem... Aber du magst auch Family Guy und so. Geht das nicht so in die Family Guy Richtung ein bisschen? Hm. Doch. Na, finde ich nicht. Ja, ist schon auch so ein bisschen übertrieben. Überspitzter Humor dabei, der schon drüber geht halt. Ja, aber da ist... Da ist Family Guy mehr. Das ist dann nochmal drei Stufen drüber. Das ist nochmal drei Stufen zu viel. Beste Szene. Peter fällt hin, stößt sich das Knie. Ja. Ah. 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 Okay, nach dem dritten Mal ist das genug. Nein, er macht's noch viermal. Noch weiter. Aber es ist noch mehr überspitzt, meinst du? Ja, richtig. Da ist das... Da ist das wie bei Rick & Morty und wie bei Barbaren Dave, ist es... Es ist kindertauglich. Mhm. Rick & Morty nicht unbedingt. Aber wenn du... Es ist nicht so, dass... Ja, ja. Aber bei Rick & Morty ist es so, wenn du den Witz nicht checkst, ist es nicht schlimm. Richtig, genau. Es ist nichts, wo du... Keine Ahnung, dass jemand in das Hirn rausgeschossen wird und deswegen kannst du es keinem Kind zeigen. Okay. Sondern, wenn das Kind es sieht und es checkt den Witz nicht, Glück hat. Ja, genau. Richtig. Und genau so ist es hier halt auch. Deswegen... Ja. Es ist eine ähnliche Richtung, aber halt trotzdem noch kindgerecht und nicht... Ja, das stimmt schon. Manche Witze werden vielleicht kleinere oder jüngere nicht so wirklich verstehen. Oder manche Hinweise beziehungsweise... Keine Ahnung. Manche Sachen werden es halt einfach nicht verstehen, aber es ist nicht schlimm halt. Genau. Das stimmt schon. Wo wir Erwachsenen halt drüber lachen und das feiern halt. Ja. Das stimmt schon. Boah, wie die Prinzessin hier. Weg da! So gut einfach. Ich fänds gut. Okay, Leute. Wir haben lange genug geschmackt drüber. Ziehen wir das nicht noch weiter in die Länge. Wir hauen jetzt ab ins nächste Adventure und wünschen euch viel Spaß bei der nächsten Review oder was auch immer jetzt geil macht. Bleibt dich, bleibt nötig, haut da rein. Ciao, ciao! Abdi! Abdi!